Zusammen mit Spezialisten aus dem Senioren- und dem Geriatriebereich hat Werfritz einen Sessel entwickelt, der speziell für die Bedürfnisse von älteren Menschen bestimmt worden ist. Der sogenannte Ergo-Vit-Sessel, der bietet nämlich höchsten Sitzkomfort in allen Variationen. Der Schaum ist nicht zu weich und verhindert somit also ein Einsinken beim Sitzen. Im Umkehrschluss bedeutet das natürlich, Sie kommen viel leichter wieder auf. Dazu hilft Ihnen auch die hohe Sitzhöhe und die ergonomischen Armlehnen, beides auch dafür da, dass Sie relativ leicht aus dem Sessel wieder aufstehen können. Die extra breite Sitzfläche, die ermöglicht zudem ein extrem bequemes Sitzen und bietet ausreichend Bewegungsfreiheit. Also Sie können mit dem Popo durchaus das eine Mal hin und herrutschen. Ein hoher Rücken mit ergonomisch geformten sogenannten Ohren gibt dem Kopf einen seitlichen Halt. Die schmalen Seitenteile, die halten den Platzbedarf äußerst gering, bedeutet also dieser Sessel, er findet wirklich überall Platz, ganz egal ob im kleineren Einzelzimmer oder aber im Gemeinschaftsraum. Den Platz dafür, den finden Sie immer und überall. Optional können Sie diesen Sessel in zwei weiteren Ausführungen bestellen oder erwerben. Zum einen entweder mit Liegefunktion oder aber mit Aufstehhilfe. Die Ausführung mit Liegefunktion, die hat einen leichtgängigen Verstellmechanismus, der aber ohne Strom funktioniert und das hat zwei Vorteile. Zum einen, es entfallen lästige Kabel, also es gibt einfach keine Möglichkeit, wo man da eventuell drüber stolpern könnte. Und zum anderen entfällt die jährliche, oftmals relativ kostspielige Elektroprüfung. Der Winkel zwischen Sitzfläche und Rückenteil, der verändert sich nicht, bedeutet also, wenn Sie in die liegende Position gehen, da bleiben Sie wirklich an ein und derselben Stelle und das ist natürlich sehr entspannend für Ihren Lendenwirbelbereich. Außerdem, durch Schrägstellen des gesamten Sitzes wird ein Abrutschen am Rückenteil verhindert, also bedeutet wirklich, wenn Sie einmal in diesem Sessel sitzen, dann können Sie sich da zwar bewegen, aber Ihre Sitzposition, die bleibt wirklich jederzeit und immer gleich. Sollten Sie sich für die Variante der Aufstehhilfe entscheiden, auch die funktioniert natürlich ohne Strom, also auch da keine lästigen Kabel und keine Elektrowartung, aber wenn Sie aufstehen wollen, dann ziehen Sie sich einfach selbst an den Armlehnen nach vorne und dann greift ein ganz spezieller Mechanismus und und zwar wird Ihre Rückenlehne und Ihr Sitz über eine halbkreisförmige Schiene ebenfalls nach vorne gebracht. Bedeutet also, Sie sitzen schon nach vorne gebeugt da, das ganze Gewicht ist auf den Unterschenkeln und jetzt müssen Sie sich also nur noch aus dem Sessel hochdrücken und dann stehen Sie auch wieder 1A da. Zusätzlich können Sie zu allen drei Sesselvarianten weitere Extras dazu haben. Zum einen eine sogenannte Lordose-Stütze, die stützt Ihren Lendenbereich optimal oder zum anderen besteht auch noch die Möglichkeit, eine Kopfstütze für Ihre drei Sesselvarianten zu erwerben. Bedeutet also, Ihr Kopf ist seitlich in jedem Fall geschützt und kann weder aus noch ein. Sie sehen also, ganz egal mit welcher Variante Sie vorlieb nehmen wollen, der Ergo-Witz-Sessel. Er bietet optimalen und höchsten Komfort für alle Lebenslagen.